da wieder ein wenig zeit vergangen ist ist schon seit längerem kein neues teams video mehr gegeben hat und wir natürlich auch wieder einige änderungen hinter uns haben möchte ich heute einmal auf vier neue features und funktionen eingehen die es in der letzten zeit gegeben hat und zum schluss auch noch mal einen kleinen ausblick geben was uns in zukunft noch erwartet wie ihr hier seht bin ich einmal im chat und natürlich in einer besprechung und darum soll es jetzt auch gehen und zwar haben wir im chat die möglichkeit wenn wir auf einen chat partner gehen haben wir nun hier ein symbol und hier oben rechts auch klicken wir da einmal drauf öffnet sich diese pop out chat und wir können diesen natürlich auch individuell verschieben ein vorteil den dieser pop out chat mit sich bringt ist dass wir natürlich hier innerhalb von teams ohne probleme arbeiten können wir müssen uns nicht in dem chat befinden und können mithilfe dieses fensters auch mit unserem chat partner kommunizieren oder wir befinden uns auf einer website in einer komplett anderen oberfläche haben teams nur im hintergrund offen dann haben wir natürlich auch die möglichkeit über dieses fenster eine kommunikation durchzuführen das ganze kann natürlich auch alternativ hier oben über die befehlszeile erfolgen aber dort kann ich ja nur nachrichten abschicken und einkommende nachrichten nicht lesen deswegen ist dieses pop out fenster ganz nett und schön wird auch definitiv seine darseits berechtigung haben ein großer meilenstein ist es jetzt nicht aber das ist so ein kleines live quality produkt was uns ein wenig helfen kann gehen wir nun einmal in den chat dort gab es auch wieder änderungen und wie ihr seht ist hier die übersicht schon ein wenig anders als gewohnt bei den teilnehmern haben wir einmal eine 1 die oben angezeigt wird hier haben wir eine hand und wir sehen auch hier dass unser teilnehmer eine hand hat gehen wir einmal auf die teilnehmer drauf sehen wir nun auch dass hier der peter und ich die hand gehoben haben die hand heben können wir über dieses schöne kleine icon hier ich nenne die funktion gerne bitte melde dich und damit können teilnehmer nun auf sich aufmerksam machen da ich der organisator bin passiert bei mir nichts hier ändert sich überhaupt nichts aber bei meinem teilnehmer wenn ich nun in einer präsentation besprechung schulung wie auch immer bin ist das natürlich die eine möglichkeit auf sich aufmerksam zu machen so dass ich die person dann an die reihe nehmen kann keiner muss sinnlos dazwischen quatschen oder unterbrechen sondern kann so diskret auf sich aufmerksam machen ich muss natürlich ein wenig den überblick behalten ganz klar aber so habe ich dann auf jeden fall die möglichkeit den natürlichen fluss nicht zu stören habe ich dann peter an die reihe genommen und er hat vergessen seine hand zu senken kann ich natürlich über die weiteren optionen seine hand senken und wie ihr seht verschwindet dann hier auch schon die zahl des weiteren haben wir auch die möglichkeit wenn ich einmal hier oben drauf klicke öffnet sich nun besprechungs option diese kann ich natürlich auch über den kalender öffnen aber bequem aus der besprechung heraus ist natürlich auch eine schöne möglichkeit um dann hier auch auf die einstellung zugriff zu bekommen und innerhalb von wenigen sekunden habe ich nun die möglichkeit entzogen dass andere präsentieren können sondern nur noch ich also auch hier haben wir wieder so ein kleines live quality produkt erhalten was uns ein wenig zeit sparen soll und das letzte was ich im bereich der besprechung getan hat ist wir hier seht haben wir nun zwei personen insgesamt sind wir zu dritt hier die übersicht kacheln hier im hauptbildschirm haben sich auch geändert vorher war es ja nur möglich dass vier kacheln gleichzeitig angezeigt werden nun sind es allerdings neun das heißt in der obersten reihe haben wir die möglichkeit bis auf drei kacheln zu gehen in der mittleren genauso und in der unteren auch es ist natürlich auch so dass diese kacheln sich automatisch aufbauen das heißt bei zwei leuten brauchen wir keine neuen kacheln kommt eine dritte vierte fünfte sechste siebte dazu bauen sich die kacheln automatisch auf es wird kleine geben es wird große geben das passiert alles vollkommen automatisch aber bei neun ist dann wirklich der cut mehr als neun personen werden hier nicht stehen die weiteren personen werden dann hier unten in einer reihe angezeigt und wenn es halt zu viele sind haben wir dann hier ein kreis mit einer zahl die uns dann signalisiert wie viele personen zusätzlich zu der hauptübersicht und der unteren übersicht vorhanden sind das war es auch schon zu den änderungen dies in der letzten zeit gegeben hat kommen wir nun zu den ausblicken und zwar haben wir dort einmal für die app nutzer die funktion des walkie talkies wer in den 80ern und 90ern aufgewachsen ist wird sie kennen dieses kommt wieder zurück allerdings in die neue zeit das heißt wir können das klassische walkie talkie zukünftig über die mobile app von teams nutzen dann werden wir wahrscheinlich auch wieder in den genuss des overs kommen nette kleine geschichte schauen wir uns mal an wie sie sich in der praxis bewähren kann auch soll in den nächsten ein bis zwei monaten die funktion des hintergrundbilds auch für die app erscheinen das heißt in der app können wir uns dann hintergründe hochladen und diese dann auch in einer besprechung nutzen aktuell geht das aber noch nicht eine weitere funktion die dazu kommen soll oder schnittstelle ist das eher gesagt wurde aber auch schon bereits im november letzten jahres angekündigt ist die schnittstelle zu zoom aktuell können wir natürlich mit skype nutzern unsere besprechungen und konferenzen durchführen zukünftig soll dann zum hinzukommen aber da wir bereits schon ein halbes jahr darauf warten müssen wir sehen ob das wirklich kommt schön wäre es natürlich weil dann teams auch seine macht position nennen wir es einfach mal dann auch behaupten kann wenn wir in teams mit verschiedenen teilnehmern kommunizieren können dann haben wir das auch nicht mehr wie es aktuell der fall ist die eine firma benutzt dieses produkt die andere ein anderes und dann müssen wir halt gucken wie wir uns arrangieren das soll natürlich damit wegfallen und zu guter letzt haben wir noch ein feature dass ich bereits anfang der woche gesehen habe sieht sehr cool aus hat natürlich auch einen großen mehrwert und zwar wenn wir ein team erstellen haben wir nur wenige kacheln zur auswahl und zukünftig soll es so sein dass wir dann hier unten vor definierte vorlagen haben aus dem wir uns dann wählen können und anhand dieser vorlagen wird entsprechend unser team zusammengebaut und zusammengestellt gleichzeitig heißt das natürlich auch dass im admin center wieder was neues dazu kommt für die administratoren und zwar muss das natürlich dort verwaltet und berechtigt werden auch ist es so dass im bereich labeling und data security noch ein bisschen was dazu kommen wird also dieses jahr ist schon gespickt mit neuen funktionen mit neuen features viele davon sind sehr cool wir müssen dann natürlich gucken inwieweit diese dann auch wirklich umgesetzt werden sich im täglichen doing darstellen ob sie wirklich einen mehrwert bieten und natürlich auch ob sie denn überhaupt kommen oder nicht weil momentan ist natürlich noch nichts davon live soll kommen aber wie das so ist es kann dann natürlich sein dass die form so abgewandelt wird dass es dann was ganz anderes im endprodukt ist oder dass es dann vielleicht auch abgeschafft wird aber nichtsdestotrotz teams ist immer noch ein eine plattform die wächst die gedeiht wo immer wieder neue funktionen und features hinzukommen und das wird die nächsten jahre auch definitiv noch so bleiben sind wir gespannt was uns in der nahen zukunft noch alles erwartet und